Mark Eggers hat mal gesagt, lass mal so eine Kneipentour machen in Köln. Und dann gehen wir um 11 Uhr morgens in so eine Kneipe rein und haben gefragt, ob die offen ist. Dann sagt er so, was? Irgendwie so auf Kölsch, sag ich so, nee, das ist nicht offen. Dann hat er sich in Kölsch gezapft, hat es geäxtet und gesagt so, jetzt ist es offen. War wirklich so? Es ist Köln. Und auch immer, wenn du dann so einen Kranz bestellst mit zwölf Dingern, trinkt die oft einfach ein Bier raus, der Servierdude. Dann bringt es so und nimmt einen so, ja danke, so sein Trinkgeld, das nimmt er sich einfach. Der säuft einfach auch den ganzen Tag, ne?